und ein moinzen zu den dieswöchigen vfb news heute schon am donnerstag wieder natürlich alles verlinkt und eine beschreibung alle quellen dies das und stand der dinge ist jetzt hier dieser donnerstag so circa 14 uhr würde ich sagen wir legen los weibinger zeitung busfahrer physios team manager die treuen 10 svp finde ich ein sehr schönen artikel ein bisschen die leute zu sehen das zeugwart team gordana markovic massala thomas schuldheiß und michael meusch da kennen eigentlich auch nur meuschi von die physios matthias hahn gerhard wörn und manuel roth teammanager natürlich günter schäfer und peter reichert haben sie genannt die das ärzte team heiko striegel raymond best und mario bucher und so geschichten wie ein schöner artikel auch mal die leute ein bisschen vordergrund zu heben finde ich ganz schön gemacht hier von der weiblinger zeit so dann ja so ist aber im vfb tv interview vorm spiel jeder tweet der schisser in mir hört hier ein abschied von einem der beiden aus eben mit dem zitat ich meine es auch auf deutsch geführt von sosa aber trotzdem natürlich auch so ein bisschen das sprachliche ding wie sie wie es jetzt genau ausdrücken wollte dass ich jetzt drei spiele verpasst habe ist schade aber ich werde zurückkommen für sascha ich habe mit ihm gesprochen und er hat mit so er hat zu mir gesagt kommt bitte zurück hoffentlich kann ich ihm noch einen assist geben hat schon ja schon sehr viel reinlesen aber klar wenn man eben diese angst hat dass dann bei den beiden gerüchte kommen könnten für den sommer kann man da schon was reinterpretieren aber ich will da jetzt nicht noch mehr machen als es diese aussage einfach nur ist dann hier vom kicker das heißt wenn der vfb im sommer leistungsträger abgeben müsste stehen quasi talente im hintergrund gesamte story über den jungen brunnen stuttgart findet ihr in unserer donnerstagsausgabe das war vor fünf tagen also kommt heute eine kicker ausgabe dazu noch vermutlich da nennt sie eben alu kohl der 19 ist dark kulinov mit 20 momo sissee mit 18 nairu amada mit 19 koulibaly mit 20 bayas der kommt mit 17 massimo ist 20 klima mit 20 klinton mohler ist 20 das ist schon ein brett was wir da an leuten haben dann hier eben auch so zum thema kalajic koble und auch vielleicht so sah wir sind halt über gerüchte kicker artikel das scheint heißer hinter den kulissen zu sein also offiziell noch nichts angekommen da ist nichts irgendwie groß angekommen ja es gab keine klare nachfrage zu kreak also zu zu kobe zum beispiel bei kalajic auch da müsste schon was richtig gutes kommen was war das zitat hier genau das schöne ist und ihr bekommt es ja auch immer wieder mit der sascha fühlt sich ziemlich wohl bei uns das da müsste für ihn und für uns schon was richtig gutes kommen da ist jetzt aber nicht voraussehbar und nicht aktuell so geschichten ja talente verlängert natürlich auch ne jordan meyer verlängert kohl kommt bayas kommt und so geschichten narte kommt zurück nach zwei jahre nach zwei jahre laie da so ein bisschen kleines interview vom kicker man müssen dann auch sehr schön unsere jungen spielen ist es auch nicht nur schönen fußball also vfb tweet sie arbeiten ihn auch sie arbeiten ihn auch und haben aktuell die meisten zweikämpfe aller bundesligisten gewonnen zum tag der arbeit zeigen wir euch einen auszug der bisher 3.607 gewonnenen vfb zweikämpfe auch ganz cooles video und dazu hat der eintrag auf der website beim vfb dauerbrenner stabilisator leader wo es da am endo geht und dann auch der satz mit seinen qualitäten im zweikampf steht der mittelfeldspieler derweil an der spitze eines allgemeinen zweikampf starken teams der vfb in der kategorie gewonnen zwei kämpfe mit 3.607 platz eins vor wolfsburg sehr sehr stark und das merkt man auch da ja das also die arbeitsmoral war schon deutlich geringer in vergangenheit als es aktuell ist also das merkt man schon dass die jungs in jedem spiel vollgas geben und natürlich dann auch schon mal schön ist in statistiken zu sehen und das ende unser dauermotor ist und unser unser japanischer kanti ist das ist ja auch bekannt hier ganz schön nachdem er die premier league da mit social media ein paar tage boykottiert hat gegen hetzen und beleidigungen so weiter auch ein paar statements beim swr sport gewesen auf instagram und kalai steht auch in eins gehabt jeder mensch ist gleich mir ist nicht wichtig welches aussehen oder welche herkunft jemand hat mir ist wichtig wie der mensch ist wenn jemand nett und respektvoll mit mir umgeht bin ich genauso zurück zu ihm 100 prozent unterschrieben das zitat 100 prozent hier auch hitzesberger werben neben dem sportlichen erfolg einen gesellschaftlichen auftrag dem wollen wir auch gerecht werden wir können gar nicht mehr ohne ging es auch glaube so ein bisschen um das thema outing und der genaue schwer um thema homophobie ja dass der hitzesberger sich gut einsetzt ist ja auch nichts neues aber trotzdem immer wieder schön zu hören ähm wichtige sätze wichtige statements ähm hier fußballtransfers kämpf klauselt bei fünf millionen ähm weil es natürlich auch so ein bisschen geht um diese ausschiebsklausel von kämpf der vertrage bis nächsten sommer und da die bild kommt schon wieder noch eine andere zahl aber da die bild dann da von fünf millionen gesprochen das heißt es sollten diese fünf millionen stimmen hat die das genie michael reschke damals weil es müsste noch der vertrag sein also den wann haben wir ihn geholt 2018 geholt haben hat er dem fünf millionen ausschiebsklausel in den vertrag eingebaut du holst eine ablösefreiung du baust ihm eine fünf millionen ausschiebsklausel in den vertrag bruder wahnsinn aber wie gesagt da kommt später noch eine andere zahl da ist nicht ganz klar wie hoch die ausschiebsklausel ist wäre natürlich wild wenn es wirklich bei fünf millionen wäre ähm mit dem 20 jährigen in verteidiger luca bazzoli von fsv frankfurt ist ein erster neunzugang für die vfb u21 willkommen ist es auf x herzlich willkommen luca tweet vom jung und wild vom nachwuchs hier auch der vfb macht werbung dafür heißt es kommt auch erst nächste woche und nicht diese woche diese woche kommen wohl das der liga team auf der season natürlich auch wieder stream sonntagabend weekend league end sport wieder road to silver 1 oder gold 3 diese woche ist er gold 3 geworden oder halt letzte woche beim premier league team und die season mit der weekend league hier noch mal ja vfb quartett steht zur wahl stimmt ab für sosa kalajic silas und wataru endo gerne machen auch an euch wer so nicht getan hat und der ist auch schön ja sex ist geil aber habt ihr schon mal daran gedacht wie hart das stadion beim ersten heimspiel eskalieren wird so schön und auch da unten eine antwort auf den auf den tweet wenn ich beim 2 1 durch könig sascha kalajic in der 95 minute beim jubeln an einem herzinfarkt sterbe dann war es das 80 mal wert ich finde so bockstark die antwort ist fast noch geiler als der spiel nicht beim 2 1 durch könig sascha kalajic in der 95 beim jubeln an einem herzinfarkt sterbe dann war es das 80 mal wert so gut auch noch mal einer drunter das wird krank auswärts auch abriss vom feinsten es werden sich definitiv sechs ähnliche zähne abspielen der tweet ist wirklich platin tweet sensationell und es wird auch der wahnsinn man hat ja so ein bisschen die hoffnung gar glaube ich auch von watzke im zitat dass wir sagen joe können wir schon ab august aber 19 so ein bisschen mehr gas geben mit zuschauern weil wenn das so weitergeht weiß ich ob ich der einzige bin der auch sowas hat auf twitter mit quasi irgendwie so einem so impfstatus bots quasi jeden tag ein update liefern dann bist du ja zumindest was diese ganzen herten immunitäts geschichten und sowas angeht scheinbar von prognosen her ich kann es auch nur das ablesen quasi was ich sehe ich habe da keine nähere ahnung irgendwie bei ende august ne ende august anfang september so grob dann kannst du glaube ich schon in neuen saison recht häufig also nicht nicht 60.000 reinlassen klar aber recht häufiger diese aktionen bringen mit du bringst mal 10.000 wieder rein dann machst den schritt auf 20.000 hoch also wir könnten auf jeden fall und wir sollten wenn nicht wieder alles komplett aus dem ruder läuft in der neuen saison schon deutlich häufiger wieder ein stadion dürfen wie mit mit impfen mit davor getestet mit hier und da wie genau mal gucken aber ich glaube schon dass die nächste saison deutlich deutlich besser wird was zuschauer angeht und ich meine es kann ja nur besser werden weil geht ja nur höher als null zuschauer so ganz doof gesagt auch ein schöner tweet gewesen vom vfb hier zum may the fourth be with you zum star wars day league one 2020 2021 vfb story bild mit manga la castro kalajic kobel silas und sosa schönes ding wahrlich wunderbar dieses auch das vfb ist jedoch noch weiter punkten ihr solltet am freitag die nächste chance es gibt eure sinne nutzen ihr müsst richtig schönes ding hier vfb finanzchef sind nicht gezwungen spieler zu verkaufen gibt uns also ein recht angenehmes ding sportliches risiko und wirtschaftliche vernunft ja weiteres jahr ohne zuschauerzahl zuschauereinnahmen würde man auch überstehen also wir stehen ja finanziell scheinbar in ordnung da laut keller müsste ja auch neue person sein das war glaube ich daheim auch einer der der vielen personalwechsel nach der datenaffäre oder rund um die datenaffäre auch sehr interessant die ueva hat das ja weil die spieler kontingent ist das richtige wort keine ahnung den kader den kader quasi erhöht für die em man darf jetzt statt 23 spielern sogar 26 spieler mitnehmen mal gucken ob sich dadurch vielleicht einer von den drei weiteren posten ob sich dadurch vielleicht ein anton zur em schlingelt wenn wenn löw bock hat ihn zu nominieren mal gucken ich glaube die chance immer noch recht unrealistisch aber drei weitere plätze sind frei dann hier interview von spocks geführt mit klaus vogt schönes ding vielleicht ist es bei thomas und mir wie einer guten ehe da ein bisschen gesprochen natürlich ja könnt ihr euch gerne durchlesen das ding hat so ein bisschen die wichtigsten geschichten noch rausgehoben und gleich noch an transfermarkt.de verlängert hitzesberger wille ist da das angebot fehlt noch heißt die wollen verlängern mit hitzesberger der hat ja bis wann hat eine kollege ja oktober 2022 endet hitzesbergers vertrag vogt meint wir sprechen mit niemand anderem wollen hitzesberger verlängern das scheint schon funktionieren junge deutsch es scheint schon wieder besser zu funktionieren zwischen den beiden kollegen zwischen vogt und hitzesberger so wirkt es zumindest liest man auch sehr gerne und dann hier folgt dieses bergmann vfb funktioniert hoch professionell nochmal schreibt transfermarkt.de auch natürlich zitiert von von springen ist eigentlich spocks aus spocks oder bin ich komplett lost gerade irgendwie klingt beides falsch und auch von goal und dann hier neue millionen durch zweiten investor der gesucht wird wir gehen eins weiter bild.de haben da ein paar mehr infos verhandlungen mit investor laufen vfb hofft auf 60 millionen durch einen sponsor da zuerst guy die nachricht gebracht hier steht ein bisschen mehr drin aus bayern scheinbar der für 15 prozent oder zwischen 14 und 15 prozent der anteile der ag 60 mio geben würde da hat die schwierigkeit zum glück steht es drin ich habe da von der satzung keine ahnung her aktuell sind die anteile der profi ag in besitz des ev 88,25 prozent und daimler 11,75 prozent laut satzung dürfen maximal 24,9 prozent der anteile veräußert werden heißt maximal 13,15 prozent der anteile stehen zur verfügung da hat str das ganz gut erklärt wer da reinschauen will bei denen die erklärung habe ich schon gar nicht mehr genau im kopf aber scheinbar geht es auch irgendwie mit diesen 15 prozent wenn man irgendwas verschiebt und hier und da und das finanzen jungs keine ahnung das einzige was mich macht erstmal stutzig weil irgendwie wild geht ja irgendwie scheinbar nicht aber mit irgendwelchen anderen verschiebereien geht es halt doch aber was ich noch wilder finde eigentlich das ist doch eigentlich hier anker anker investor ist doch eigentlich daimler so das ist doch stuttgart direkt daneben als ob daimler sich von denen quasi die prozente ablaufen lässt weil egal wie hat dann dieser vermuten oder scheinbar ist es vielleicht liebherr aus münchen aus münchen aus bayern baumaschinen kühlgeräte hersteller kennt man ja war wohl auch 2019 schon kandidat für ein einstieg aber als ob sich daimler das dann irgendwie nehmen lässt dann würden die ja rein von prozenten her weniger wert sein als liebherr das das fände ich irgendwie am komischsten daran mal gucken was da genau bei rumkommt so oder so wird es natürlich helfen wenn endlich der zweite investor kommt das ist ja auch seit jahrhunderten ein thema ist jetzt auch nichts aus südostasien oder aus katar oder wo auch immer her sondern mit liebherr ja was was in der nähe ist so recht regional wäre ich auch in ordnung mit geld tut bestimmt auch nicht gut nicht gut auch nicht schlecht gerade während corona zeiten deswegen mal gucken aber wie viel prozent der jetzt genau am ende hat juckt uns glaube ich oder juckt den otto normalfall am ende des tages auch nicht aber natürlich wird es irgendwie ein bisschen wundern wenn der kollegian auf einmal kommt dann mehr prozent übernimmt als halt daimler irgendwie das kann man sich irgendwie fast nicht vorstellen dann mal vor partners will man vfb bleiben nur die einigung mit arsenal fehlt das scheint schon recht weit voran zu sein oder halt in guten verhandlungen zu sein schauen wollen sie die thematik mal vor partners bis vor dem letzten spieltag also bis zum 26 mai wollen sie das wollen sie der klarheit haben meint die bild london ja arsenal london will halt scheinbar den kollegen auch nicht mal ausleihen sondern einfach direkt kaufgeschäft mal gucken da natürlich wenn ein kämpf geht für was weiß ich fünf millionen oder keine ahnung wie viel millionen ja dann wirst du vermutlich mal vor partners verpflichten mal gucken weil sonst fallen ja wirklich von deiner dreierkette alle weg bis auf anton das ist halt schon ein bisschen wild mal gucken scheinbar sieht es ganz gut aus dass wir tatsächlich mal vor partners kaufen könnten bin ich auch nicht abgeneigt auch schönen film ab für unsere joker serie 20 21 14 joker tore sind nicht nur liga weit sondern auch feins vereinshistorisch top beim vfb schönes ding hier schöner film auf twitter oder zusammenschnitt halt und dann hier eben zehn millionen euro kämpft teurer als gedacht da schreibt es eben wer hat wer schreibt es von zehn millionen der kicker kicker bild irgendwas auf jeden fall gibt es scheinbar jetzt eine zahl dass die ausschließungsweise bei zehn millionen liegt was ein ticken mehr sinn machen würde auch mit dem stand dass das vertrag von 2018 ist von von vor drei jahren da macht es irgendwie mehr sinn dass sie den damals eine zehn millionen klausel reingepackt haben als eine fünf millionen mal gucken wo es hier liegt ob da frankfurt zuschlägt ist die andere frage wahrscheinlich schlagen sie bei fünf eher zu als bei zehn mal gucken was da kommt vertragsangebot liegt ihm ja scheinbar da das hat man gefühlt schon vor zwei wochen oder so im podcast gesagt mal gucken der lässt sich da scheinbar zeit mal gucken ob er bleibt ob er geht und dann letzte news noch zur pk die jetzt heute mittag ist war müssen wahrscheinlich schon wieder vorbei sein die auch direkt schon eins in meinem start f-tipp kaputt macht nämlich weil gonzale castro noch keine option ist für spiel ja ich habe ja gesagt sonst wird es karasor vermutlich wird das auch oder irgendwie anders aufgestellt wichtig auf jeden fall so sagen könnte richtig sein burna so dass wieder ins training eingestiegen ist und ist eine option gonzalez castro und sie sehen keine option kobe steht auf der steht aufgrund von rückenprobleme auf der kippe mal gucken ob wir dann bretlos sehen oder gar ein krall natürlich eher bretlo aber wäre auch lustig da mal ein krall zu sehen kaminski wird ausfallen mangala wird diese saison nicht mehr auflaufen saison ist für ihn beendet auch wild natürlich die restlichen langzeit verletzten fallen aus und armada wie gesagt die sperre mit zwei spielen und damit war es das von den news wir sehen uns vielleicht schon heute abend im stream community stream gaming stream oder sonst morgen abend gegen augsburg und danach nächster stream folgt am sonntag abend drei streams diese woche weekend league end sport und so natürlich ganzen die ganz normalen videos drumherum die stream highlights danach bricht und so weiter und so fort vielen dank fürs zuhören und bis zum nächsten mal so 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 so